Ich bin so liebevoll. Uh. Ja, bin ich. Boah, wie du geflogen bist, ne? Mhh, du heftiger Spacke. Ich hab mich gemobbt. Hm, äh, fühlst du dich? Ja, so'n bisschen. Oh, ich hab noch ein paar Herzen, ich bin Level 28. Bitte verschwone mich, bitte verschwone mich. Ich hab dich auch grad mit dem Schwert getragen. Ach ja. Autsch. Oh, ein Creeper, hallo. Mach mal bumm. Das ist nicht nett. Ja, die machen ja keinen Schaden, also scheiße drauf. Lass die doch explodieren. Wenn mein Mobbriefing aus ist. So, das brennt, das brennt. Debt, debt. Ach hier, wir können ja daraus die Dinger machen. Holter mich einfach. Haut euch nicht zu Tode, Kinders. Ingena, holt gleich. Okay, ich hab schon aufgehört. Ah, nein, 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 ich hab noch dreieinhalbätze. Ich hab noch dreieinhalbätze. Ich hab gesagt, ich hab schon aufgehört. Ja, aber Flash die doch mal überschwert. Ich könnt euch beide instant killen. Dich einfach so und dich auch so. Vorsicht hinter dir. Der hat mir kaum Schaden gemacht. Mein Kühl. Mein Kühl. Mein Kühl. Mein Kühl. KLEIN Kühl. Dich häng fest. Jetzt komm. Ja, ich bin noch am Craften. Mein Hut. WTF. WTF. Oh, walu. Noll. So. Das. Das ist die End. Jetzt läuft. Jetzt baue ich einen Block. Vier davon. Vier mal Glas. Ich weiß überhaupt nicht, ich hab mir da immer gemacht. Ja, damit du dir auf den Kopf setzen kannst. Tschüss. Und singen Mülldi 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 Müll. Mülldi Müll. Tschüss. Tschüss. Die Werkzeuge, die du mir auf den Stein gemacht hast. Das hab ich entweder weggeschmissen grad. Die restlichen Büsche irgendwo anpflanzen. Weiß ich nicht. Die reißen wir doch eh wieder nochmal ab, oder nicht? Oder meinst du nicht? Das ist die Stromkabel? Die machen jetzt auf einmal 200. Okay, da brauch ich noch zwei Lied für. Ich tu mal eine Kohle rein und lass sie mal brennen. Mal gucken, wie weiter kommt. Na acht Stück, ne? Nee, nicht immer. Ja. Zwei auf jeden Fall. Die ist schon mal gut. Glas in die Mitte. Okay, die Stromversorgung wär bereit. Ja. Cool. Okay, jetzt brauchen wir den, den ein Stromgenerator. Den hab ich da auch schon drinnen. Okay, ich kann... Stromgenerator oder? Ne, hier den, den, äh, den Saftgenerator. Ja. Mal ein bisschen Start in den Gerälen geben, oder? Äh, tu mal ein bisschen Startsaft rein, würd ich sagen. Mh, machen wir mal von der... Saft so. Auf der Seite kriegt der... Moment, geh weg. Zack. Saft. Jetzt machen wir, warte mal. Der macht einen Input von... Normalerweise müssten die jetzt Strom kriegen, ne? Ja. Ja gut. Bis die jetzt erstmal voll sind, die Liedzone-Engine voll ist. Muss man den Sludge nicht irgendwie ableiten, oder so? Ne, kann da drum bleiben. Wir können aber ne... Äh... Void machen. Wir brauchen, äh... Gibt es keine Void Pipes? Gibt das nicht. Ich hab keine gesehen. Ne. Ähm... Natürlich, es gibt Void Pipes. Ja. Void Fluid Pipes gibt's sogar. Pieper. Die hab ich jetzt aber nicht gesehen, heißen die anders? Ne, einfach Void. Gib einfach Void ein und dann das dritte. W, ach, V, O, I, D. Und dann das dritte. Äh... Nö, bei mir nicht. Bei mir gibt es nicht mit Void. Ach, da jetzt... Ah, das hat bei mir sich komisch sortiert. Was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir ein Ink-Sack. Schwarze Farbe, Glas und... Ja, warte mal, schwarze Farbe haben wir bestimmt eine mit Blume irgendwie, die schwarz macht. Schauen wir mal. Guck mal bei mir in die Kiste ein. Ich glaub, ich hab da Tinte dran. Hier. Ich glaub die... Die Black. Warte. Machst du die gerade? Ne, mach du. Okay. Ne, die macht was anderes, Black. Die macht so ein Pendel. Das ist auch schwarze Farbe. Warte, das will ich überprüfen. Ne, wird mir aber nicht angezeigt. Ink-Sack. Aber der Dozent sagt aber, dass er weiß nicht was hat. Müsste da drin sein. Ne. Ne, 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 ne. Hier hab ich schwarze Farbe bei mir. Bei dir? Ah, ich bin hier hinten. Ah, wo ist hier hinten? Hier. Ich komm grad. Ach da. Vor grad hab ich die noch nicht gesehen. Ich glaub hier hab ich eine Magnete-Maus gehabt. Schon. Ja, dann musst du einfach weggehen dann. Jo, danke. Ja. Äh, da müssen wir so ne komische Ding herstellen. Da brauchen wir Kaktus, ne? Mhm. Okay. Keine Ahnung, hab ich nicht gefunden. Äh. Nach Bessmann da. Ich hab auch grad keine Wüste gefunden unterwegs. Mach mir erst mal ne White Pipe. Muss die nicht nachher mit Strom befeuert werden? Ne. Aber White Pipe suchen keinen Strom. Der Baum wird bei mir auch noch gerendert. So. Ah. Piepers to the Germanys. Wir brauchen nur zwei Stück. Erstmal. Jetzt brauchen wir... Einen Tank machen, wo wir das reinbleiben. So viel ist das ja nicht. Oder ein Slime Ball. Slime Ball. Ah, ja. Wo kriegen wir jetzt... Ich geh mal auf Kaktussuche. So lange mach ich Mand. Ich tu mir mal... Warte mal, ich hab hier glaub ich noch irgendwo... Bären, ja. Ich tu mir mal noch paar Bären. Zermanschen. Aber rein mal Richtung Süden. Und Nordbär. Und da lang ist noch keiner. Ja. Oh, mit Malo... Mit Malo Bären geht das nicht? Okay. Ah. Ja. Da kann man irgendwas mit anders machen. Das sieht ja jetzt so. Richtung Süden. Ja. Okay. Boah. Warte, ich find Schleims. Ah, wir haben hier nen Totem, Omaelke. Meinst du den, oder wat? Centos? Nö. Der war woanders. Okay. Der war etwas weiter weg. Richtung Norden. Oh, wir haben... Oh, hier ist ne Hütte. Oder außen? Oh, hier ist ein Mini-Goblin. Oh, hier sind Mini-Goblins zu Hause. Hallo. Hallo. Oh. Eine... Warfenberry. Ein Spookswort. Und zwei Äpfel. Die nehm ich da mit. Dankeschön. Komm, geht wieder bei euch jetzt. Geht auch bei euch wieder ins Haus rein. Die. Dieb. Äh... Ich wollt grad sagen, ich sei mehr von dem... Ich bin kein Dieb. Ich bin kein Dieb. Nein. Boah, wie schnell man Hunger kriegt, ne? Ja, deswegen haben wir uns so viel von dem Zeug schon gemacht. Und dir das nachher abgeht. Geht das richtig ab? Lass uns nicht mehr mit Strom machen. Schon wieder? Langsam nervt das. Ach gar nicht. Und WDF? Was siehst du mal? Unable to look up chisel cobblestone wall. Schon wieder? Gibt da keine Koordinaten für? Nein. Loll. Aber welche cobblestone wall? Welche chisel? Hä? Äh, warte kurz. Ich wüsste was, was ich in der Konfig einstellen könnte. Ja, dann machen wir mal kurz einen Cut, oder Centus? Ja, dann würden wir sagen, bis gleich Leute. Tschö. Tschö. Nicht nur einen Kuss nicht. Wir lassen uns nie das einfach, die hast du tief Lucy. Untertitelung des ZDF, 2020